Auf der Suche nach einem großen Abenteuer hat es uns diesmal nach Georgien verschlagen. Ziel der Reise war es, den gesamten Kaukasus mit unseren Fahrrädern zu überqueren. Unsere Route führt uns hierbei von der Hauptstadt Tiflis aus in die Wildnis der Berge, entlang der Grenze zwischen Georgien und Russland bis ans Schwarze Meer. Vorbereitet hatten wir uns wie immer wenig bis gar nicht, dementsprechend waren Komplikationen natürlich vorprogrammiert. Wir sind heute seit 10 Minuten unterwegs und haben mittlerweile den zweiten Plattener. Der Kabelzug ist wahrscheinlich wieder gerissen. Jetzt haben wir alle Dünnschiss, aber eigentlich müssen wir noch 1000 Öden wieder machen. Für den höchsten Pass hier müssen wir uns heute arbeiten. Wir haben uns alle leicht einsitzen. Es gibt nichts zu essen, was wir hier mitnehmen können. Das ist jetzt alles scheißegal. Wenn das kein Abenteuer war, wie es in Buchen steht, dann weiß ich auch nicht. Das ist alles gut. Ja. Ja. Ok. Ciao. Ciao. Ciao.